Hallo und herzlich Willkommen zu einer wundervollen neuen Ausgabe von Remastered Heute mit einem wundervollen Spiel Tin Boy Ja, schauen wir uns das ganz nochmal an Ist klar, ist klar, ihr seht worum es geht Äh, ja, ok B, A, S, D ist zum Laufhund da W, Jump, ich mach ne Runde, trallalli, trallalli So, ja, wie komm ich jetzt hier hoch? Konnte ich die Maus benutzen? Ich konnte irgendwie schießen Ahja Mit der Maus und schon komm ich fast hier hoch Wie war denn das nochmal? Genau, man kann schießen mit der Maus Und es ist immer noch nicht hoch genug, recht raus Jetzt bin ich oben, ok Ja So Nächster Level Ist also so ein, ja, ein Jump, Run, Rätsel, Fun, Whatever Game Ist auf jeden Fall ganz süß gemacht Ok, hier komm ich nicht weiter Oh, jetzt muss ich natürlich hier auch noch was in die Wand schießen Ich bin ein bisschen, äh, ja, gestresst von der Steuerung, weil die ist invertiert Also, sprich, oben ist unten und unten ist oben, wenn man dann diesen Bogen verliert Das mag ich eigentlich nicht so Vielleicht kann ich das ganz kurz umstellen Äh, move right Äh, ja, nee Ah, ich kann auf 1, 2, 3 scheinbar meine Pfeile wechseln Mh, nö, mach ich jetzt erstmal nicht Ich komm erstmal mit dem weg, klar So, da oben, oder Geh ich jetzt da rüber, so Mh, nee Hm Achso Ich könnte natürlich Wieso komm ich denn hier jetzt nicht mehr hoch? Waren doch vorher zwei Pfeile Ich weiß nicht Ich könnte natürlich jetzt schnell dann auch einen Pfeil entschießen Jawoll Ist doch das eine Lösung Nice Click on the robot Ach, ich bin der Robot Aha Ah, okay, hier kann ich wechseln Pfeil mit Seil, Pfeil und Bombe Okay Ja, pfff Was auch immer jetzt hier gefragt ist Ah, wahrscheinlich ist es der Seilpfeil Ah, okay Aber, ähm Man sollte dann wahrscheinlich nicht Leertaste drücken und sprechen Sondern Hm Hm Achso, ja Äh, sehen wir das noch Der Pfeil mit dem Seil Ist ziemlich gut Ah, und jetzt schwingt man einfach hin und her Ich fühl mich ja wie bei Wurms hier Das ist ja ein Traum Ja Ja Wunderbar Und schon ist man in Level 3 Also das gefällt mir das Spiel Das ist entspannt Entspannend Kein Stress Da kann man auch gut von den anderen spielen Entspannen Ja, okay Hier kommen wir jetzt irgendwie nicht hoch Oh Was soll ich dann noch mit dem Pfeil weiter oben Ach, ich kann nur an diesem weißen immer schießen Aha Ja gut, das macht Sinn Entweder Entweder Komm ich jetzt hier so hoch Oder ich muss mich oben mit einem Vielleicht muss ich echt von hier aus Jetzt nach dem Pfeil ändern Und dann mit dem Seil da dran Könnt sein Wahrscheinlich komm ich von hier jetzt nicht da Doch, komm ich Nur, wie komm ich jetzt da hoch? Kann ich mich hochziehen? Es geht nicht Kann ich mich mit dem Seil hochziehen? Ähm, oder mit dem Pfeil? Hm Ja, ach da steht ja auch natürlich Okay Okay, mit dem Double Jump kann ich es loslassen Hm Hm, wie Komm ich jetzt hier rüber? Ja gut, so schön so gut Äh, soweit so gut Aber Das will ich ja nicht Hm Das muss ich doch irgendwie hochziehen können Schauen Äh, äh, äh Ja, also Okay, jetzt hab ich schon mal das Muss ich vermutlich jetzt noch im normalen Pfeil doch So weit es geht noch nach oben schießen Um dann Ja, aber Das könnte bis jetzt das Lösung sein Hopp ich jetzt einfach mal Ist ja echt wie so ein mittelalterliches Portal In Fast so gut Das ist irgendwie Wieso funzt denn das nicht? Ach komm Wieso Bin ich so dämlich? Ich verstehe Na Hin und her klappt Hoch klappt auch in gewisser Weise Aber nicht hoch genug Also Ich verstehe das Ganze irgendwie nicht so ganz Kann ich da irgendwie dran schießen? Nö Nö Die Lampe wackelt aber Ja Was war das? Ach, Schede 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 Ja komm Also Da steht's doch Ich glaube Ja Ja Oder kann ich dann Aus der Luft noch einschießen? Aber Ja Das könnte auch nicht so im Sinn, ne? Ich verstehe es nicht Wie soll man das denn lösen? Also Wie soll man das denn lösen? Was macht irgendwie auf mich ein Ich weiß auch nicht Ja, ne Das ist ja strange Das verstehe ich irgendwie nicht, also Das bringt so nix Das bringt auch nix Das bringt auch nix Ah Okay Interessant Ah Kitching Warum ist dann da oben dieser Block? Das, äh Verwirrt mich hart Level 4 Jetzt bin ich bei Level 5 Okay Tipp Ja, ich kann Aha Ventilator Ja Ich soll wahrscheinlich irgendwie Irgendwas mit der Luft hier anstellen Aha Aha Okay Interessant, okay Das find ich ja Hä Okay Okay Das war so nicht geplant Äh Ja Das ist Witzig Okay Aha Ich kann doch immer hier schon mal komplett drüber laufen Das ist schon mal ganz cool Hm Ich weiß noch gar nicht Ob man irgendwie eine bestimmte Anzahl von diesen Standortpfeiern hat Ne scheinbar nicht, das hab ich schon mal bekommen Ich hab hier kein Shoot in die Äh, ja Ähm, okay Nur Womit hättest du das gerne? Das frage ich mich Ich kann natürlich jetzt einfach hier so ein Explosionspfeil hinzuwiesen Okay, das hab ich bekommen Hm Hm Okay Ah, ich kann das sogar schieben Ja, easy going Dann kann ich ja jetzt das hier Entweder mit diesem Pfeil machen Ich hoffe, das klappt jetzt auch Super und richtig Jawohl Nice Ja Das Spiel finde ich echt chillig, ey Muss ich ja mal sagen Knifflig Aber Auch nicht zu schwierig Und echt Entspannt Und auch ganz süß mit dem Ritterchen hier Ja, Ritterroboter Jo, ich denk mal hier komm ich noch so rüber Fraglich ist wie ich jetzt Hm, ja Wie ich jetzt hier weiterkomme Vielleicht, wenn ich das jetzt noch Ob ich da mit dem Ja, mit dem Seil Dann ist jetzt echt die Ah, das kann ich natürlich auch anschießen Hm Aha Okay Witzig Ob ich jetzt hier weiterkomme Vielleicht Wenn ich das jetzt noch Witzig Mit so einem Explosivpfeil Versehe Oh yeah Da sollte man natürlich nicht reinfallen Erstmal hier mit dem Normal Vielleicht ein bisschen tiefer Weil dann Ja, dann Fällt der praktischer Okay, das hat nicht gereicht Ja, wunderbar Ich bin schon mal hier Hm Kennt man schon nicht Jetzt versucht mich mit so einem tollen Explosionspfeil Darüber zu schießen Okay Das hat schon mal Super gut Nicht geklappt Kann ich den jetzt einfach hier In dem Boden vielleicht Kein Schlumpf Jawoll Ist das schön So, jetzt ähm Vielleicht noch die Normal Ha, Kim kann ich mich da Oh Ja, das war's auch schon Nice So Na gut Ich denke mal, das Lirichchen werde ich jetzt hier noch versuchen So Putzig, putzig Ja Jaaaa Hm Ich bin echt ein Fan von diesem Pumpenfall geworden Wie auch immer sich das jetzt immer auswägt Ja, scheinbar nicht besonders Gut, dann versuche ich es jetzt mal über diese Seite Jawohl, ich bin schon mal hier oben Jetzt könnte ich mal wieder den Seilpfeil benutzen Ja, oder auch nicht, weil Ja, jetzt bin ich wieder hier Dann nochmal den schönen Bombenpfeil Ja, jetzt bin ich noch dran glaube ich Das war die falsche Richtung So Komm, ich versuche es einfach mit dem nochmal Ja, okay, da habe ich das schon mal mit eingesammelt immerhin Wunderbar Wunderbar Ach, jetzt könnte ich es auch eigentlich hier erstmal mit dem normalen versuchen Ist ja auch schon ganz praktisch Ja, stimmt Scheiße, wie komme ich jetzt hier oben Alter und da hinten Okay, da kann man natürlich mit so einem Explosionsfall wahrscheinlich nachhalten Nein Nein, nein Wie kann ich jetzt da hinten hin? Nein Oh Gott, jetzt muss ich hier nochmal Das Ganze machen Die ganze Schuhe sind nochmal von vorne Ja, nice Dann eben so Genau so war es natürlich geplant Naja, ihr habt gesehen Tinboy, ein wunderbares Spiel Echt knuffig Aber Mehr davon in der nächsten Folge Von Remastered Random Tudeki Mal gucken, was da noch auf uns wartet Bis dann Tschau